Hallo und herzlich willkommen zu Share & Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel Böttger, ich bin Psychologin spezialisiert auf die Wissenschaft der positiven Psychologie und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst, denn heute stelle ich dir ein kleines neues Format im Podcast vor, und zwar den Kummerkasten. Zu Beginn des Monats Februar habe ich dich gefragt auf Instagram, welche Fragen hast du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und zum Thema persönliches Wachstum, vor welchen Herausforderungen stehst du dort gerade, und aus dieser Liste an Fragen, die zusammengekommen ist, habe ich sieben herausgepickt oder auch versucht teilweise gedoppelte Fragen in eurer Antwortenliste zusammenzuführen, sodass ich möglichst viel abdecke und heute beantworte ich sieben dieser Fragen. Dieses Format soll regelmäßig im Podcast erscheinen, das heißt, halte gerne auf Instagram die Augen offen, wenn ich in meiner Story nach den Fragen für den Kummerkasten frage. Das hat sich jetzt blöd gedoppelt, aber so ist es. Dann kannst du da deine Fragen zum jeweils monatlichen Thema reinstellen. Und wenn du aber kein Instagram hast, kannst du mir natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an hallo.murielböttger.com. Heute habe ich eure Fragen gesammelt zum Thema persönlicher Weiterentwicklung bzw. persönliches Wachstum und ich habe ganz unterschiedliche Fragen rausgepickt und hoffe, dass damit möglichst viel beantwortet wird. Falls etwas offen bleibt, einfach im Nachgang nochmal fragen. Die erste Frage auf meiner Liste ist folgende. Wie komme ich aus einer Sinn- und Identitätskrise heraus? Ich hänge nämlich total in der Luft und weiß gerade nicht wohin. Wenn ich die Person jetzt persönlich getroffen hätte, hätte ich gefragt, was ist denn gerade dein Hintergrund? Wo zwischen hängst du denn? Weil manchmal könnte man natürlich auch sagen, ja, das hängt jetzt davon ab. Aber ich finde ganz generell für solche Phasen im Leben, in denen wir in der Luft hängen auch mal zu lernen, dass wir auch mal hängen lassen. Weil dann kann der Druck aus der Situation entweichen und aus der Entspannung kann wieder Inspiration entstehen und wir können uns wieder mehr damit auseinandersetzen. Wer bin ich denn eigentlich und was will ich vom Leben? Also manchmal geht es gar nicht so sehr darum, schnellstmöglich aus diesen Durchhängerphasen herauszukommen, sondern vielleicht mal zu schauen, wofür kann ich diese Phase nutzen? Was kann ich hier gerade über mich lernen und was brauche ich, um mich hier zu entspannen, damit ich dann auch wieder voller Kraft und Inspiration weitermachen kann? Eine ganz andere wichtige Sache finde ich hier, gerade wenn es so um Sinn- und Identitätskrise geht. Das wurde ja so betitelt in der Frage. Das kommt immer wieder im Leben und umso früher wir lernen, damit umzugehen und zu akzeptieren, dass es solche Phasen gibt, desto leichter machen wir uns es im Laufe unseres Lebens. Weil wir immer wieder eine neue Lebensphase betreten, in der sich auch unsere Rollen verändern und damit unsere Identität weiterentwickelt. Wir haben immer wieder Phasen, in denen wir wieder einen Sinn finden dürfen. Und natürlich hat das auch etwas mit Suchen zu tun. Und man könnte sagen, man kommt nie so wirklich an im Leben, sondern es geht um die Entwicklung und den Weg zu dieser Sinnfindung, zu dieser Identitätsfindung und nicht einfach nur um das Ankommen. Weil was ist denn, wenn wir angekommen sind? Dann ist ja Stillstand. Und das finden wir auch langweilig. Das heißt, auch mal hängen zu lassen und einfach total in der Luft zu hängen, ist in Ordnung. Der Druck, den wir uns da häufig machen, dass wir da rauskommen müssen, der ist gar nicht so förderlich. Also frag dich hier einmal, wie kann ich jetzt gerade Entspannung finden? Die zweite Frage, die ich mit aufgenommen habe für den Kummerkasten, ist, alte Verletzungen eher aufarbeiten oder soll ich versuchen, diese loszulassen? Wahrscheinlich kannst du es dir schon vorstellen. Beides ist sehr sinnvoll und am besten nacheinander. Erst einmal die alten Verletzungen aufarbeiten und sie dann durch die Aufarbeitung versuchen, hinter sich zu lassen und loszulassen. Und manchmal dürfen wir das auch im Leben mehrmals wiederholen, in größeren Zeitabständen. So ähnlich wie bei einem Fleck auf einem T-Shirt, den wir mehrmals behandeln und waschen müssen, bevor er wirklich komplett weg ist. Oder Kalkrückständen im Badezimmer, die man dann einfach mehrmals behandeln muss, damit sie weggehen. Weil manchmal ist es so, wenn eine alte Verletzung oder Erfahrung ganz tief sitzt, dann können wir die ein Stückchen aufarbeiten und dieses Stückchen schon mal loslassen. Und dann können wir wieder unser Leben weiterleben und irgendwann ecken wir wieder an diese Verletzung an und dann können wir wieder ein Stückchen mehr aufarbeiten und das loslassen. Und irgendwann, vielleicht nach so fünf, sechs oder auch mehr oder weniger schleifen, haben wir das Gefühl, dass diese Verletzung geheilt ist und dass wir es hinter uns lassen konnten und dass wir loslassen können. Und das ist doch total schön. Und auch hier geht es ja um den Weg, um die Fortschritte, die wir unterwegs machen und nicht nur ums Ankommen. Eine weitere Frage, die ich tatsächlich sehr spannend fand, weil ich da auch gerade selber mit zu tun hatte und deshalb auch diese Woche nochmal im Coaching war, also ich selber ins Coaching gegangen bin. Wie kann ich besser mit Erwartungsdruck von innen und außen umgehen? Und ich finde, dass die Frage so ein bisschen die Antwort schon bereithält, denn wenn ich Erwartungsdruck auf mein Umfeld ausübe, dann habe ich wahrscheinlich auch sehr hohe Erwartungen und Ansprüche an mich selbst, also diesen Erwartungsdruck von innen, den die Person hier beschrieben hat. Und es ist natürlich wichtig, erst mal dabei anzufangen, weil wenn ich von mir selber ständig ganz, ganz viel erwarte, dann ist es automatisch, dass ich von allen Menschen um mich herum auch ganz viel erwarte. Das heißt, erst mal hier schauen, wie kann ich das, die Ansprüche an mich runterschrauben, ohne nachlässig mit mir zu werden? Und wie wirkt sich das dann auf mein Umfeld oder den Umgang mit meinem Umfeld aus? Ich finde, eins der wichtigsten Sachen hierbei ist wirklich die Achtsamkeit. Also Achtsamkeit heißt nicht nur, dass du Atemübungen machst oder meditierst und eben Achtsamkeit übst, sondern auch, dass du es wirklich praktisch anwendest im Alltag. Das heißt, wenn du merkst, dass du eine starke Erwartung verspürst, also einen Erwartungsdruck, der durch dich oder durch andere ausgelöst wird, dann frag dich mal, warum wird der ausgelöst? Also warum hast du vielleicht die hohe Erwartung an dich, besonders gut zu sein in dem, was du tust? Was erhoffst du dir davon Positives? Und wenn du diese positive Absicht gefunden hast, dann kannst du dafür erst mal Dankbarkeit empfinden und kannst vielleicht mit dir selber in den Dialog gehen und du wirst merken, dass der Erwartungsdruck gar nicht so hoch sein muss, um diese positive Absicht zu erreichen, sondern dass man mit mehr Gelassenheit und weniger Druck diese Absicht fast noch besser erreichen kann. Und das ist häufig ein Schritt, der uns hilft, achtsamer mit uns zu sein, weil wir eben darauf achten, warum solche Gefühle wie Erwartungen überhaupt hochkommen. Eine vierte Frage war, und die kam so und so ähnlich öfter, deshalb habe ich die zusammengefasst. Ich habe ja gesagt, was sind eure Fragen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auf Instagram. Und da kam häufiger die Frage, wie kann ich Persönlichkeitsentwicklung schaffen oder wie fange ich damit an? Wie funktioniert das? Und das wollte ich unbedingt mit reinnehmen, weil es ist einfach etwas, das passiert. Deine Persönlichkeit entwickelt sich, seit du auf dieser Welt bist, jeden Tag weiter. Es geht nur darum, wie kann ich aktiv Einfluss darauf nehmen? Weil das du dich entwickelst, ist ganz logisch, weil die Welt um dich herum steht ja auch nicht still. Das heißt, jeden Tag musst du dich irgendwie wieder anpassen auf die Welt, in der du lebst und entwickelst so ganz automatisch deine Persönlichkeit weiter. Jetzt kann es aber sich manchmal gar nicht so gut anfühlen, weil wir uns vielleicht in eine Richtung entwickeln, in die wir gar nicht wollen. Das heißt, es ist besonders wichtig, sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Was will ich denn vom Leben? Wo sehe ich mich in Zukunft? Was sind vielleicht meine Ziele? Welche Emotionen möchte ich öfter spüren? Und dann ganz bewusst Schritte in diese Richtung vorzunehmen. Also wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest mehr Freude spüren, dann darfst du dich fragen, bei welchen Aktivitäten spüre ich denn Freude? Und dann darfst du diese Aktivitäten leichter oder häufiger in deinen Alltag integrieren. Und alleine das trägt ja schon dazu bei, dass du deine Persönlichkeitsentwicklung, die eh passiert, in eine bestimmte Richtung lenkst. Die fünfte Frage, die ich aus der Liste rausgepickt habe, ist, wie finde ich für mich den besten Start mit dem besten Tool für Persönlichkeitsentwicklung? Und das habe ich extra an die vorherige Frage angeknüpft. Weil auch hier, was ist das beste Tool und was ist der beste Start? Wer definiert das denn? Das kannst nur du individuell für dich definieren. Und ob das vielleicht für dich ein Tagebuch ist oder irgendein digitales Tool, was du nutzt, um dich an deine Achtsamkeitsübungen zu erinnern. Oder vielleicht hast du ein, weiß ich nicht, ein Emotionskartenspiel zu Hause oder was auch immer es ist. Du wirst nur herausfinden, ob dir dieses Tool, dieses Werkzeug gut tut und weiterhilft bei der Entwicklung deiner Persönlichkeit, wenn du es testest. Und wenn du viele verschiedene Sachen ausgetestet hast, dann bekommst du auch ein besseres Gefühl dafür, was dir hilft. Deshalb kann ich auch jedem und jeder, die die Möglichkeit hat, nur empfehlen, in Coachings zu gehen, in Probekurse reinzuschnuppern, Fortbildungen sich anzuschauen, vielleicht mal Vorträge sich anzuhören, auf Veranstaltungen zu gehen, wenn es denn geht oder auf Online-Veranstaltungen, damit wir merken, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Was benutzen die denn für Tools? Wie entwickeln die ihre Persönlichkeit? Wie kümmern die sich um ihre ganzheitliche Gesundheit? Und so kann man das dann nach und nach herausfinden. Die sechste und vorletzte Frage, die auf meiner Liste steht, dreht sich um den Umgang mit toxischen Menschen. Und in der Frage war es spezifisch, wie gehe ich denn mit toxischen Menschen im Kollegium um? Und da finde ich es wirklich ganz, ganz besonders wichtig, achtsam mit sich zu sein und die eigenen Grenzen zu kommunizieren. Jetzt ist es ja manchmal so, das bringt manchmal nichts, weil die Menschen die Grenzen trotzdem nicht akzeptieren. Dann ist es ganz wichtig, den Kontakt zu reduzieren, also vielleicht möglichst wenig Schnittstellen im Unternehmen mit dieser Person aufrecht zu erhalten und vielleicht auch darum zu bitten bei einer Führungskraft, dass man dann wirklich möglichst wenig Schnittstellen hat. Man kann aber auch die Person um ein Gespräch bitten, aber vielleicht funktioniert das nicht. Und dann ist irgendwann auch Exit angesagt. Also wenn du merkst, du bist ständig mit toxischen Menschen umgeben und du kommst da nicht raus, auch wenn du deine Grenzen kommunizierst und du den Kontakt reduzierst, du suchst die Gespräche, dann darfst du dieses Umfeld auch verlassen und wechseln. Natürlich nicht Hals über Kopf, das sollte nichts Unüberlegtes sein, aber es ist in Ordnung, bestimmte Umfelder zu verlassen, wenn sie dir mehr negative Emotionen als positive Emotionen geben. Und zu guter Letzt eine Frage, die ich sehr spannend fand, weil sie sehr spezifisch war. Was mache ich, wenn ich mit Freundinnen nichts mehr zu besprechen habe, diese Person aber immer noch mag? Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, das entsteht häufiger mal in Beziehungen, dass man sich mag und eine Verbundenheit spürt, aber gar nichts mehr so zu besprechen hat, weil man sich vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und wenn man diese Beziehung dann aufrechterhalten möchte, ist es ganz wichtig, dass man wieder gemeinsame Erlebnisse kreiert, über die man dann sprechen kann. Erlebnisse, in denen man Emotionen teilt. Und das kann anfangen bei einem gemeinsamen Spaziergang bis hin zu gemeinsamen Urlauben. Da ist ja wirklich der Kreativität keine Grenze gesetzt, aber dass man wirklich Erlebnisse schafft, bei denen man etwas unternimmt, bei denen man eine Tätigkeit verfolgt, weil man ja eben eine Beschäftigung haben möchte gemeinsam, wenn man gerade nichts zu besprechen hat. Und im Anschluss hat man dann auf einmal wieder Gesprächsthemen und daraus entwickeln sich auch wieder Sachen. Und diese Beziehung kriegt im Gesamten neue Inspiration. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und meine Antworten auf eure Fragen bringen euch ein wenig weiter. Wenn ihr da noch konkret mehr zu wissen wollt oder du das Gefühl hast, dass du bei einer bestimmten Sache alleine nicht mehr weiterkommst, dann melde dich gerne bei mir. Auf meiner Website kannst du dich eintragen für ein Erstgespräch, ein kostenfreies fürs Coaching. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ich habe es ja eben auch gesagt, ich war diese Woche selber wieder im Coaching, um mit den Erwartungen, die ich an mich selber stelle, besser umzugehen. Und so sehr ich auch Achtsamkeit praktiziere und auch wirklich gut mittlerweile da drin geworden bin, tut es dann doch sehr gut, mal jemand Außenstehenden damit drauf gucken zu lassen und sich nochmal Impulse und Inspiration von außen zu holen. Und das kann häufig ja wie so eine kleine Beschleunigung sein für die eigene persönliche Entwicklung. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Alles, alles Gute bei allem, was jetzt ansteht in der nächsten Zeit. Und ich freue mich auf den März mit dir. Da wartet auch ein ganz spannendes Thema auf dich, nämlich romantische Beziehungen. Und ich bin sehr gespannt, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute. Share & Grow, deine Myriel.